Musik 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 Ich habe doch gar nichts in Ruhe. Hast du noch eine Rache? Ja. Ja, gut. Futter im Oben. Ja, gut. Chris, seid ihr aufgebaut? Kai, ja. Also. Dann machen wir jetzt weiter. Wir haben hier der Kai Stahl. Mit 65 kg. Komm, bitte. Wir sind hier im Blau in Stuttgart. Hat es auch noch nie ausprobiert. Hat früher schon gleich gesagt. Kommt noch mal mit. 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 Nur den Ablegen. Also nicht jetzt gemacht. Nee, du kannst jetzt nochmal flüssig drüber in den Kopf stecken. Ja, ja. Ablegen ist aber, also könnte ich ja. Wie, das kann ich. Das kann ich nicht. Aber, aber. Wie, das ist eigentlich schon mal mit. Wie, das ist eigentlich schon mal mit. Wie, das macht mir das nicht. Wie, das ist eigentlich schon mal mit. Ein Sänger, der noch für Zeit weg gespürzt hat. Ja. 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 Da war. Auf geht's, Kai, komm, so viele Ideen. 14, 15, komm, nur zwei, 16, ja, nach hinten. 16 Minuten, stark, super. So, jetzt können wir mal kurz sein Bruno, das ist hier drin, da brauchen wir 72,5. Nach 5 Euro, nach 5 Euro, das ist nicht teuer, einfach. 2,5, hier. Das ist. Das ist jetzt. So, wartet zwei Uhr noch. Wir haben jetzt auch regelmäßig, wann tun wir es? 72,5. Ja. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. Kommt jetzt 20 mal Spiele. 19. 20. Jawoll, weiter komm. 21. Und 22. Ah, scheiße. 21. 20 provided ist es love семel. 20 thousands. 20. 22. 21. 22. Also jetzt haben wir 90 Kilo. Die hat sich ganz spontan gerade entschieden. 50 Kilo. Das sieht flüssig aus. 15. 20. 25. Und 26. Jawohl. A.W., 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 60, starke Reisung. Reislauf. Was haben wir denn vorhin? Da wärst du ein Wegverschlösser. Dann haben wir 97. Kommt mal 5. Das ist sehr gegen den Hinnigen. Alles gut. Das ist ja gut. Alter, Alter, Alter. Wann 95? 95 für den grünen Katzenberg. body. Wegen der Bauschauer ist. Adu magst du den Bauschauer mitgehen. Den B Fell. Die Bauschauer mitgehen. Aber da sind die Bauschauer ein. Er ist ein sehr süßeser. Die Bauschauer sind wirklich gut. Die Bauschauer sind wirklich gut. Er ist sehr, schön. Er ist nicht 100,000 Euro. Das war's für heute. Für den Dürren Katzenberg, klasse! Durch das Zerbe-G-Hinning. So, machen wir noch 37,5 Kilo. Da sage ich so ein bisschen aufhören, aber brauche ich nicht. Mache ich blödig gleich so. Also, 37,5. Bin ich gespannt? 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 4 5 Ich hab's super gekannt! Auf geht's! 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 Schiffschiffschiffschiff! Auf geht's! Super gekannt! 5 Applaus für seine Leistung! 19 Euro! Steig! So, jetzt riecht man mal... Sven, zeig euch der Auge! Hallo! Ähm... Da müssen wir natürlich jetzt eins sagen, ne? Also... Das ist ja eigentlich hier für Leute, die jetzt keine Profis sind und keine Weltmeisterung. Das ist natürlich die Geschichte. Ähm... Deswegen... Die Jungs, die wir ja beim Max Pahlmann, die wir mitgemacht haben, einige würde ich auch mitmachen. Dürfen sie ja auch gerne. Aber keine Außer-Komponenz, ja? Ja? Also... Kann ich gar nicht mitmachen, aber... Ähm... Wie gesagt... Äh... Außer-Komponenz. Dürfen sie aber trotzdem ein Präsent, ja? Hau rein! Gewicht ist... Gewicht ist... 100... 102,5... 102,5... Silbergenau. 102,5... Silbergenau. Was? Durch Staub? Das ist... 100... 100... Also... 180... gedrückt... mit 103 Kilogramm Gewicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Wiederholung wer es schaffen würde. also... 100 zu 90... 1... 3... 2... 3... 3... 6... 1... 2... 3... 2... 2... 3... ... 2... 19 und 20. Schalke. Das ist aber auch eine Zusage. Das sind ganz unterschiedliche Trainingsformen. Wenn du maximal 18 bist, dann bist du natürlich im Wiederholungsbereich nicht so gut. Und der hat ja vorher auch schon geköpft gehabt, also schalke Leistung. Gut ab. So. Jetzt gucken wir mal. Okay, Privatklasse. Müssen wir ein bisschen rückwärts vom Kinos her. Ist der Juni von einem Kriegelstein, oder? Juni von einem Kriegelstein. Peter, rufen wir mal ein bisschen. Was hat denn jeder an Gewicht? 77,5 für die Umleger von Peter Wunder. Der Juni von einer Schalke? Ja oder der Juni von einer Schalke? Ja! Ja, das hat ja. Ich mache ein bisschen. Aber das war eigentlich schon derめinstand. 30 Kilo Euro, prima! Janikobar Gijanis und auch alle schalten, ich hab ja beruflich gewohnt. 75 Kilo. Au! Ich glaub, wer hat mir erzählt, ich war extra im Trainingswagen, alles gut und kann. Kunze Wege, das bin ich sehr gut. Also im Moment die beste Überholungszahl ist 28, 28 Überholungen im Körpergewicht. 10 10